Hallo, ich bin Sascha Grüger und möchte Ihnen meinen Laden in Humberg vorstellen. Neben handwerklicher Qualität gilt mein Hauptaugenmerk dem Kunden. Dabei kommt es mir sehr darauf an, den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. In meiner Werkstatt bearbeite ich persönlich die Gläser und Fassungen meiner Kunden und es liegt mir sehr am Herzen, ausgefallene Wünsche zu erfüllen. Ob Brille, Kontaktlinse oder Sehtest, bei Optik Kreativ werden Ihnen die Augen geöffnet. Augenoptikermeister Sascha Grüger berät Sie umfassend und kompetent in allen Fragen rund um Ihren optimalen Durchblick. In Zukunft möchte ich jungen Menschen die Möglichkeit bieten, dieses kreative Handwerk zu erlernen. Das Handwerk steht für Qualität.